Guten Morgen und Gute, hier ist wieder der Matze. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ja, mit meiner neuen kleinen Serie aus dem Leben möchte ich hier einfach über Themen berichten, die mich interessieren, die mich beschäftigen oder vielleicht auch für den ein oder anderen interessant sein könnten. Natürlich wird es hier schwerpunktmäßig, wie auch auf meinem Kanal, um Fotografie, Filmen und Reisen gehen, aber ich denke auch über das ein oder andere allgemeine Thema werde ich hier mal ein bisschen was erzählen. Vielleicht interessiert es den einen, wenn nicht, könnt ihr ja wegschalten. Ich finde es auf jeden Fall interessant, weil ich dann in Zukunft mal sehe, wie ich früher vielleicht so drauf war, was hatte ich denn für eine Meinung, wie verändert sich das alles im Laufe der Zeit und das finde ich wirklich interessant. Natürlich muss ich gestehen, wenn es den ein oder anderen Like gibt oder auch das Abo, freut mich das natürlich und vielleicht können wir ja hier auch in den Kommentaren dann ein bisschen diskutieren. Geplant ist einmal die Woche sonntags um 10 Uhr ein kleines Filmchen hochzuladen, also es werden kurze Filme sein und ich kann das natürlich nicht versprechen, das muss man einfach sehen, ob ich das hinbekomme. Ja und dann würde es mich freuen, wenn ihr da sonntags mal reinschaut und jetzt habe ich auch in der Einleitung genug gelabert und kann nur sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt gesund. Ciao, euer Matze.